Have your attention, please Na gut war dann wohl irgendwie doch eine erinnerung So, dann hier I guess they're aging these books. I guess they're aging these books Okay, hier können wir noch I should be able to find the tools I need here Ja, bestimmt, aber ich möchte mal ganz kurz, na eben Da könnte ich doch noch etwas öffnen Bevor ich das Ding jetzt hier repariere Oh, da bin ich doch bestimmt auch mit drauf, oder? Okay, ist ein geiles Bild von Chloe Schöne Bilder Okay, da ging es auch noch mal rein Die kann ich nämlich jetzt öffnen Okay Rausgehen geht auch nicht Gut, dann haben wir auf jeden Fall Wissen, weil diese Tür nicht weitergeht Wie kann ich noch mal rennen? Also Okay Was haben wir hier? Lass uns hier danach suchen Wir brauchen Gerätschaften Wir brauchen Gerätschaften Okay, hier ist nichts Search Ups Butterfingers Oh oh Echt Oh Gott, wieso hat der denn hier so viele Bilder von der Kate? Irgendwann stimmt doch da nicht, oder? Cutboard Open Vielleicht haben wir da irgendwas drin Oh lecker Nee, nichts Vernünftiges drin Ich will den grad nicht Usen Ich werd Hier die Schränke mal öffnen Um da irgendwas zu finden Okay, ein alter Fernseher Okay Machen wir mal an Oh mein Gott Ich hab überall reingeguckt Oh mein Gott Die haben das alles gefilmt Und jetzt gerade auch Okay Äh Should I switch this on? Ja, ja Decisions Decisions Okay Das sind jetzt einige Sachen Hier sind ein paar Tools Das wird wohl reichen Okay Okay Das ist jetzt krass Ich muss jetzt erstmal die ganzen Sachen aufnehmen hier Also Ich hab jetzt ein bisschen Schiss Die haben mich also in jedem Raum jetzt gefilmt Hier in diesem Haus Und ich hab ja wirklich überall reingeguckt Also ob da nicht irgendwelche Konsequenzen dann noch kommen Ich weiß es nicht Lass mal auf die Moment Lass mal auf die Map gucken Wow A Map of Blackwell Academy Oh Gott Ich denk mal, dass die da überall die Kameras reinpacken wollen Ey, hat das irgendwas mit dem Mädchen zu tun? Wir werden's sehen So Dann schließen Ja Dann schließen wir das Ding mal wieder hier Hallo? Mach zu Bevor wir entdeckt werden Obwohl wir sind ja überall entdeckt worden Also wir haben ja jetzt schon alles Kacke Ey, ehrlich So Weiter Hallo Ich suche doch Sachen Um meine Sachen zu reparieren Mach mal an Oh oh Ah Da ist doch Zu der Reparatur könnte das Ding doch echt beitragen Mach mal der Timer wieder aus So Und da sind nämlich Oh Push Lass mal gucken Yes Here's some ancient cardboard Hull mal raus wieder Gut Und dann guckst du jetzt mal nach den Ah Muss mir was anderes einfallen lassen für Life is Strange Jedes Mal geht das hier irgendwie Keine Ahnung Ja, wie komme ich denn an die Tools Da Da Let's see Let's see The tools are stuck Out of reach And no way in hell to get them Brilliant Max B-b-b-b-b-b-b-m Push mal Kommen wir jetzt hier dran Ich muss mal kurz in die Vergangenheit reisen Ups Schneller, schneller, schneller Bevor ich das Ding runterfallen lassen habe So Ach, die Tools sind immer noch da Okay Geht das nicht schneller? Mir ging's nochmal schneller Ich weiß nischt Bevor ich die Da Okay That was very smart, dumbass No can reach Okay, nochmal Wie ging das denn nochmal schneller? Okay Gut Ich glaub, ich werd dieses Ding erstmal hier drunter pushen So Dann werde ich dieses Ding anschalten Dann fallen die Tools runter Ja Dann Ausschalten Und wenn ich jetzt die Papiere rausziehe Müsste ich eigentlich die Tools Yes Auf dem Papier haben Und somit Nice So Sehr schön Ja Ja, ja, gleich Wir wollen nur mal gucken Was hier noch so alles passiert Ja Switch on Ein Waffenschrank Alter Mal ansehen Eine fehlt Oh mein Gott Das ist doch nicht die Waffe Mit der Chloe selbst bedroht wurde, oder? Aber das ist nicht der Typ, der bei uns da arbeitet, oder? An der Akademie Ich muss mal eben da Licht wieder ausmachen So Ja, hier kommt man leider Ah Deswegen ist das Blockiert Okay Die sind noch open Open, open, open Das ist doch Das ist der doch, oder? Das ist doch der Typ, der bei uns an der Schule arbeitet Oh mein Gott Jetzt geht mir ein Licht auf Warum will der denn überall Kameras an der Schule anbringen? Ich verstehe das nicht Food Ja Lecker, lecker, lecker Nicht schlecht Guck mal, der hat sogar Reisbeutel hier stehen und alles Alter Lecker, lecker, lecker Ich habe wirklich Hunger Da ist eine Tür Moment Ich glaube Da bin ich dann wieder im Haus Cool Now it's open Yeah Cool So, ich gehe mal wieder hoch zu Chloe Und mal gucken, ob wir dann zusammen Meine Kamara reparieren können Äh, da Ich hoffe, sie hat mich nicht die ganze Zeit beobachtet Hi Ich bin wieder da Okay Werde ich dann tun Jetzt baut sie ihre Kamera wieder zusammen Das ist ein echt schönes Zimmer Und scheinbar genießt sie es auch mit ihr Mit Chloe wieder zusammen zu sein Also ich würde es genießen, wenn ich so lange Eine gute Freundin gehabt hätte Die dann so lange nicht gesehen hätte Und wieder Vereinigung Vor allen Dingen hat die Chloe einen richtig geilen Style Okay, no? Ich kann das nicht verabschieden Okay, no? Ich kann das nicht verabschieden Ich kann das nicht verabschieden Das sind deine neue Fotos? Ja Let me sehen Booyah, du skank Karma ist eine B***h Ja. Ja. Okay. Hm? Ah! Ich war mir nicht sicher. Ich konnte nicht direkt sehen. Ich schluss dich nicht, Max. Wie du gesagt hast, es war so ein Tag. Also, du musst überhörst unsere Gespräche. Hm, nicht wirklich. Ich habe mich überrascht. Ich konnte nur Nathan hören. Also, du hörst uns. Okay. Ich habe nur etwas über Geld gehört. Drugs. Aber das ist es. Jetzt für die große Frage. Hast du jemandem gesagt? Wie wer? Wie wer? Wie wer? Wie jemandem. Hör aufzuhören, Frau. Der Prinzip. Aber er scheint mir nicht zu glauben. Der Prinzip? Bist du noch 12? Der drückte Jackass nur interessiert über Geld von Blackwell Academy. Du glaubst ihn nicht. Aber das gleiche habe ich mir nämlich gedacht. Ja. Jetzt haben wir ihr auf jeden Fall gebeichtet, dass wir das dem Constable erzählt haben. Dem, äh... Rektor. Wir kriegen einen Schenk. Einen Schenk? Einen Schenk? Oh Gott. Really? Geil, wir haben den neuen Kamera bekommen. Wuhu! Party! Coole Chloe, wirklich. Komm, wir machen ein Foto von mir. Zeigen! Nicht direkt einstecken! Mensch! Yeah! Nice! Oh Gott! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Jetzt kommt der Stilvater und der kennt uns und das gibt mit Sicherheit Konsequenzen. Dude, the music's not even on! Arschloch. Boah! Ich geh hier ran. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich kann hier nicht rein. Fuck, 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 fuck. Wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Und das Bett? Alter, wohin soll ich gehen? Shit. Oh. 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 Das war so ein epic win. Naja, gut, ob wir uns nicht vorstecken konnten. Ich hätte vielleicht... Nicht unbedingt. Also ich glaube wirklich, dass man auch manchmal für andere lügen kann. Also ich kann ja meine Freundin, kann ich ja jetzt nicht in die Scheiße reiten. Wenn die da vor ihrem Stiefvater irgendwie erzählt, das sind meine Drogen, dann kann ich ja nicht sagen, nee, das sind doch ihre. Ich brauche ja eine Freundin. Und die Chloe, die scheint eine Vernünftige zu sein. Aber ich bin mal gespannt. Vielleicht sollte ich hier noch ein bisschen mehr rumwühlen, bevor ich mich hier für die in die Bresche lege. Und ja, vielleicht sollte ich den Scheiß auch mal hier wieder aufräumen. Aber gut, jetzt halb für sie gelogen. Und ich muss jetzt leider aus dem Fenster steigen. Bye, Chloe. Okay, ja. War eine spannende Runde, finde ich. Wir sehen uns dann einfach in der... Was mache ich denn hier jetzt an dem Leuchtturm? Halleluja! Das sehen wir auf jeden Fall in der nächsten Runde. Und schaltet auf jeden Fall ein. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Bis denn, tschüssi, kowski! Und dann lasst euch die... Vielen Dank.